Also, also, da wäre ein bisschen, ein bisschen sass einfach an der Stelle. Geil, Mann! Oskar Schweizer. To me! Was von dir? Du kennst es. Das bin ich. Kein geht gar nicht. Das war schon immer mein miesiger Traum. Was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zu einem erneuten Video. Ich hoffe, es geht euch mal wieder grandios. Wir schauen heute mal wieder bei einer 20.000 Kalorien Challenge vorbei. Von wem fragt ihr euch jetzt vielleicht? Von the one and only Joe Fraser. Den Dude, den habe ich auf der FIBO persönlich kennengelernt. Wir haben uns auch schon das ein oder andere Video von ihm reingezogen. Die Rede ist von dem britischen Kollegen hier. Das Video geht nur 6 Minuten 44. I attempt the 20.000 Kalorien Challenge. Ich bin gespannt, was uns da jetzt erwartet. Wir haben von ihm mal das Video auch angeschaut. 10.000 Kalorien Challenge on a plane. Er versucht 10.000 Kalorien zu essen in 24 Stunden auf dem Flugzeug und musste dann kotzen. Und hat es halt auch einfach wieder ausgekotzt und dann weiter gegessen. Also man muss im Hinterkopf haben, es könnte etwas sass werden. Er ist ein netter Typ im Real Life, aber ich sage trotzdem meine ehrliche Meinung hier in Reactions. Ich sage hier immer meine ehrliche Meinung. Und ich gehe jetzt hier mit der Erwartungshaltung ran, dass wir wahrscheinlich keine Zeitraffer sehen und es eventuell sein könnte, dass der hinter der Kamera das einfach auskotzt. Und das ist eine Sache, die kann man schwierig kontrollieren oder schwierig wissen, wenn man sich so ein Video, so eine Kalorien Challenge anschaut. Und auch ich könnte einfach bei meinen Kalorienstellen, ich könnte das nächstes 30.000 Kalorien essen und dann koste ich es einfach aus und dann esse ich weiter, damit ich ein krasses virales Video habe. Und dann bin ich der krasseste und dann alle, oh mein Gott, heftig, heftig. Aber erstens, ich kann das nicht. Also ich kann nicht kotzen, das geht nicht. Ich stört, das ist krank, das ist mal ganz losgelöst davon. Also wisst Bescheid. Und zweitens, nee, das ist halt einfach auch nicht der Sinn davon. Bevor wir reingehen, Leute, bei Gymshark wisst ihr Bescheid. Hier mein Oberteil Stringer ist davon. Kriegt ihr 10% mit dem Code Franklin. Wenn ihr da mal was holen möchtet bei Gymshark, hier das Logo. Dann immer Code Franklin eingeben und 10% sparen. Genauso wie beim Partner MyProtein, wo ihr die besten Supplements bekommt. Auch mit dem Code Franklin und den Link in der Videobeschreibung sparen. So, I want to tell you guys a story. This is one of my best mates, Jack. We've known each other for nearly a decade now, traveled the world together and made count your head. countless memories. But the one thing I love most about us, proving this dickhead wrong. You see, flashback to a week ago, and like usual, we were arguing about who could eat more. Okay, how? Joe's being an absolute idiot. Now, I'm not going to bore you with the argument, but at the end, this was said. I would go to the extent that I could do 20,000 calories. No, I could do 20,000 calories in one day. You're delusional, you're delusional. There's no chance. That response infuriated me. So, I want to prove him wrong. I don't have that big of an appetite. I'm a pretty average guy. But in this video, I'm going to attempt to consume 20,000 calories in 24 hours to prove my best mate wrong. The time right now, 11.48, which means the 20,000 calories challenge starts in 12 minutes. The kind of action is to try and get about 5,000 calories. I think I always started to do it at night. It's down tonight, head to sleep, then bash out the rest. That's a good strategy. Okay, large pizza, this fat garlic sauce, two cans of Coke. Okay, we're at the British. You have to count 40 calories. All right, all right. Let's do this. And just like that, my skinny ass was off. After only 18 minutes, the pizza had already been devoured. Pizza, garlic butter. I'm already pretty full right now, so things are not looking good. But this was 20,000 calories, so I had to push on. Next was a 1,000 calorie Ben and Jerry's ice cream. Okay, Ben and Jerry's, final Coke done. It is 52 minutes past 12. We're at this many calories. It's like two and a bit days of eating in 50 minutes, so you can probably get how I'm feeling. Krass, das ist das 4,000 Kalorien, man. So eine Pizza mit ein bisschen Soße und einem Ben and Jerry's und dann zwei, drei Coke dazu getrunken. Like absolute crap was the answer. But I needed to stop feeling sorry for myself and eat more food. I was struggling. Also ich habe zum Beispiel, als ich 10.000 Kalorien mit Eis gegessen habe, was ja erst vor ein paar Wochen war, tatsächlich gemerkt, dass das leichter ging. Also es war zwar 10 irgendwann wehgetan und sowas, weil es halt so arschkalt war und mein Mund war irgendwann am Sack. Aber so vom Füllegefühl im Bauch war das was ganz anderes, als wenn du feste Mahlzeiten nimmst. Also ja, manche haben schon mal geschrieben, ob man 10.000 Kalorien nur mit Flüssignahrung machen, ob das wirklich so schwer ist oder ob das geht. Und wie das ausschaut, ist halt auch kein Genuss, deswegen macht es wahrscheinlich keiner, weil jetzt einfach nur 10.000 Kalorien nur mit Coke oder sowas rein scheppern, ist halt richtig räudig. Aber wenn du was isst und du musst sowieso was trinken, dann sättigt das ja nicht mehr als Wasser. Weißt du, wie ich meine? Du kannst einfach Wasser trinken und es sättigt genauso sehr wie Coke. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich jetzt hier ein Liter Wasser drin habe, ist mein Magen danach genauso voll wie von ein Liter Coke. Und dass ich mit einem Liter Coke noch Zucker drin habe und ja. Happy days. I couldn't fit a single calorie inside me after that. So the next job, pass out and let my body digest. I feel crap. Like, really crap. That next morning I definitely wasn't feeling the best. But I had a lot of calories to get through. Boah, schaut das Einkaufszentrum lieblos aus. Thank you. Thank you very much. Breakfast. A massive full English. Breakfast. Cider, potato, fries and a brownie and ice cream for dessert. I'm still pretty full up from last night, but we're gonna bash this out. Und dann fetzt er das ganze Zeug rein. Zeig mal YouTube die andere Cam. Ich soll, okay, einer hat in den Chat reingeschrieben, ich soll euch auf YouTube mal die andere Cam zeigen. Die andere Cam ist das hier. Wie findet ihr das? Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. How do you like this view? Do you prefer the view from this side? Should I place the other camera over there? And do like the reaction from the side? Or do you want to see the whole hamster face? Like this. This is a good mixture of from the side and from the front. Do you see the full face of the hamster reacting on the video? I don't have a chocolado side. I don't have, I don't have. I wish I had a chocolado dick, but I don't have. I'm gonna finish the rest off in a sec. I'm gonna go brownie now. Two hot spots of brownie done. At this point, it was really getting to me. I just felt horrible. But I needed to finish off these potato waffles to prove this dickhead wrong. Okay. I still had a lot of calories to go. Was ist der denn auf der Zeug die ganze Zeit? Strawberry drink. Aber der wird ihm ordentlich weiterhelfen, weil das so schön fruchtig ist. Nee, 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 er schafft's nicht. Schau mal, wir sind jetzt schon 5 Uhr nachmittags und er hat jetzt dann gerade mal die... Nee, 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 nicht mehr ansatzweise, schaffte das. Boah, das ist ja eklig, Alter. So pure Sahne. Oh, da muss ich an das Kalorienbattle auf Kreta denken. Was? Steven, der hat so eine pure Käsesahnesauce reingekippt. Was? I was contemplating the next Doble plate, but honestly, there was no chance of it going Fatt als Haus, aber mehr Kalorien wurden gebraucht. Ich fühle mich schlecht. Ich fühle mich wirklich schlecht. Aber deine Haut ist viel besser geworden. Engländer haben einfach einen Kulinarischen. True, die wissen ganz genau, worauf es ankommt. Das war das Schlimmste, was ich den gesamten Challenge hatte. Was macht Ausrufe zu seinem Prime? Gib's einen und find's heraus. Mein Körper hat nie in diesem Staat. Und ich hatte nur vier Stunden, um nur unter 8. Kalorien left. 7000, das schafft er nicht. 8000 Kalorien in. Vielleicht würde Jack das gewinnen. Aber nicht auf meiner Seite. Nein. Das erste, was ich gemacht habe, war zu gehen. Ich hatte einen Pool-Day, um wieder ein bisschen Appetit zu bauen. 9 p.m. A king-size-carfer. This has a lot of sugar. Ja, komm. This was the worst I had felt the entire challenge. Honestly, there was no chance of it going down me. Fat as a house at this point, but more calories were needed. 7.08. 7.08, okay. Ja, okay, also 7 Uhr isst er das Ganze, dann so 20 Uhr. Er ist dann irgendwie voll fertig mäßig, bla. Und dann geht er trainieren, okay. Okay. Of an appetite again. 9 p.m. A king-size-carfer. This has a lot of calories. Okay. Nah. Not fully done. But nearly completed this. 10 p.m. With cheese and crackers. Okay. Nah. Also, also, da wäre ein bisschen, bisschen sass einfach an der Stelle. Es sieht mir jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich aus, als wenn es Abend wäre, Bro. Wir sehen einfach keine Uhrzeit, kein gar nichts. Es ist halt einfach, es ist nicht Dämmerung draußen, es ist richtig fucking hell draußen. Und um 21 Uhr zur jetzigen Jahreszeit in Großbritannien, ist es da nicht eigentlich dunkel? In Manchester beispielsweise geht die Sonne um 21.17 Uhr unter. Das heißt, ja, okay, es könnte sein, dass es halt draußen so Dämmerung sein soll. Vorhin war es dunkel, ja, eben hier ist es dunkel. Das schaut mir schon eher so nach Abend aus. Und hier ist es drin, mäßig dunkel. Dann ist er ja im Gym. Da sieht man aber kein Fenster, oder? Hier ist ein Fenster, da ist auf jeden Fall dunkel. Es könnte sein, dass es auch im Keller ist. Ja, okay. England ist doch eine Stunde zurück. Ja, stimmt. Die sind irgendwie umgestellt. Aber trotzdem... Ja, okay. Wir schauen mal weiter. Keine Ahnung. Okay. Ja. Not fully done. 10pm mit Cheese and Crackers. 10pm mit Cheese and Crackers. Quarter to 11, McDonalds. We've got a McChicken sandwich. We've got a McChicken sandwich. A second McChicken sandwich. We've got fries. A cookie. And a large Coke. I'd eaten so much in this space of time, but I had to carry on. Oh. This is actually... This is actually fucking horrible. My only motivation now was to prove Jack wrong. Oh my God. I really did try to get it down though. But eventually... Nein. I just completely passed out. Went into the biggest food coma ever. I failed you boys. Maybe that night I was being... A tad optimistic. In total I consumed 14,834 calories. So... Jack. Yo. Hey to a minute. Mhm. You alright? Next time I say something... Listen. He thought he was hilarious. And while yes I did fail... I just want to give you a visual representation of how much I can do. actually ate yesterday. This is the amount of sugar someone would have in a normal day. And this is how much I ate yesterday. Yeah. Quite a lot. I challenged Nathaniel Messiah, Brownie and Joel Davies to try and give the challenge a go and see if they can beat my number. Thanks for watching. See you in a bit. Geil. Ja, aber dennoch. Okay. Also keine Ahnung. Kann auch sein, dass es einfach von innen so hell ausschaut mäßig. Aber... Das war noch was, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, wenn es so 21 Uhr abends... Vor allen Dingen so... Zuerst sagt er, es ist so 20 Uhr, er ist daheim. Wiese. So, es ist 20 Uhr, er ist quasi noch daheim. Und dann innerhalb von einer Stunde trainiert er im Gym und ist dann quasi wieder frisch geduscht oder irgendwie ready. Oder er ist dann mit dem Ding dann im Ding und dann ist es immer noch hell. Aber wahrscheinlich ist es einfach nur draußen die Sonne untergegangen und er hat das Ganze geil durchgezogen. Ich fand es auf jeden Fall nice. War krass zu sehen, so vom Essen her mäßig. Trotzdem heftige Leistung. 15.000 Kalorien, Alter, gegessen. Respekt an Joe Fraser auf jeden Fall. Kuss geht raus. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Bis dahin. Over and out. Tschüssi. negatives. icamente Hunter, marketing. Bye, tschüssi. Cheers. Cheers, recompr incom Pozoico.